Liebe SGV-Fans, ein dreckiger Arbeitssieg gegen Koblenz liegt hinter uns, aber am Ende zählt das Ergebnis. Wir haben 2 zu 0 gewonnen. Darum geht's und die nächste harte Aufgabe steht schon bevor am kommenden Samstag in Kassel gegen KSV Hessen-Kassel. Es gibt also wieder einige, über das wir heute sprechen können. Wie immer mit unserem Cheftrainer Roland Seitz und einem unserer jungen Spieler Linus Zweig. Roland, ich habe es schon gesagt, ein dreckiger Sieg. Du hast es in der Pressekonferenz nach dem Spiel eigentlich gut zusammengefasst. Wenn man die schlechten Spiele gewinnt, ist man eine gute Mannschaft. Also wie wichtig ist es, auch mal so ein ekliges Spiel zu gewinnen? Ja, wenn es nicht immer so ist, ist es schon mal schön und angenehm. Weil es auch für das Selbstvertrauen gut ist, wenn man solche Spiele gewinnt. Man weiß, heute geht vielleicht nicht zu viel und der Gegner stellt sich anders auf uns ein. Und trotzdem hast du die Qualität, die Null zu halten und vorhin ein Ding zu machen. Und das war am Samstag so. Das muss man einfach so sagen. Wir hatten das Glück, dass wir, sagen wir mal, nicht aufgehört haben. Wir hatten das Glück, dass wir kein Konter gefahren haben, wo wir ein Gegend dafür bekommen haben. Und deswegen war ich sehr, sehr happy. Weil das sind trotzdem schöne Siege. Auch wenn viele, viele waren enttäuscht am Samstag. Man merkt es auch von den Gesichtern. Aber erstens gibt es auch drei Punkte. Zweitens war es ein wichtiger Sieg und ich habe mich sehr gefreut, dass wir gewonnen haben. Man muss ja auch dazu sagen, vor dem Spiel ist noch Schuhe Gerizkeha verletzt ausgefallen. Dann haben wir ein bisschen umgestellt. Würdest du sagen, das lag auch ein bisschen daran, dass wir uns ein bisschen schwer getan haben? Oder hat das keinen Einfluss? Ja, das ist immer schwer zu sagen. In der Vorbereitung haben wir ja schon sehr, sehr oft immer 4-4-2 gespielt. Weil weder Alberico noch Gerizkeha vor Ort waren und wir keinen gelernten Zehner am Platz hatten. Deswegen war es vom System jetzt nicht so, dass das für uns was Neues war. Das muss man schon fairerweise sagen. Aber der Gegner war sehr tief gestanden, hat es sehr eng gemacht, hat es sehr gut verteidigt. Und da haben wir uns auch ein bisschen die Mittel gefehlt. Ob dann vielleicht ein kreativer Spieler gefehlt hat, das seien wir dahingestellt. Man hätte dann auch sagen können, wenn wir einen Zehner hatten, ja, man muss ja mit zwei Spitzen spielen gegen so eine tiefstehende Mannschaft. Haben wir getan und letztendlich hat es auch nichts geholfen. Aber unter dem Strich war doch alles richtig. Du hast es schon angesprochen, die Null wurde mal gehalten. Das war jetzt in den letzten Wochen auch ein Thema. Das hat dich auch zufrieden gemacht, oder? Ja, vor allem, weil es einfach dann wichtig ist, dass man das mal wieder kann. Ja, das war auch mal, wir haben gegen Frankfurt, die eine Top-Offensive haben, haben wir zu Null gespielt. Und jetzt kriegen wir dann, sagen wir, eine Kiste nach der anderen. Und das ärgert mich, weil es manchmal auch unnötige Tore waren, wie die ganzen Standards, die über den zweiten Weg dann reingegangen sind. Und jetzt haben wir da ein bisschen stabilisiert. Wir haben da schon ein paar gute Aktionen jetzt gestartet, dass wir gegen den Ball in der Luft wieder ein bisschen besser und präsenter sind. Und dass wir dann mal zu Null gespielt haben, das war sehr angenehm, ja. Es geht weiter für uns am Samstag in Kassel, wird eine längere Auswärtsfahrt. Die sind Tabellenplatz 10, könnten mit einem Sieg auch echt wieder nah an uns rankommen. Also da sieht man, wie eng die Tabelle aktuell ist. Was müssen wir uns denn da, auf was müssen wir uns gefasst machen gegen diesen Gegner? Ja gut, Hessen-Kassel ist ja immer ein Verein, der Ambitionen hat, eine gute Fankultur hat und natürlich auch immer gerne vorne mitspielen möchte. Ich glaube, sie haben vor der Saison sehr, sehr viel getan, auch wirtschaftlich wieder sehr gestreckt, haben sehr namhafte, gute Spieler geholt. Und vielleicht haben sie sich ja auch den einen oder anderen Punkt bisher mehr erhofft, als wie die 17, die sie haben. Aber unterm Strich ist es eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und ich meine, ich habe schon so oft mit Hessen-Kassel zu tun gehabt. Man weiß, in Kassel ist es immer sehr, sehr schwer zu gewinnen. Also es wird für uns auch nicht einfach werden. Aber gut, wir fahren mit Selbstvertrauen dahin. Und ich glaube, dass der Druck mehr auf Kassel liegt, als wie auf uns. Und davon sollte man vielleicht profitieren. Wir fahren mit Selbstvertrauen hin und mit einer Übernachtung. Für uns geht es morgens schon los. Und wir machen, wie gesagt, dort eine eine Übernachtung. Kannst du dazu ein bisschen mehr sagen, wie wichtig ist es für die Spieler, dass sie da bei so einer langen Anreise auch mal ein bisschen Pause kriegen? Ja, im Prinzip ist es ja Standard. Das muss man ja sagen, auch wenn es in Freiberg kein Standard ist, ist es eigentlich selbst in dieser Liga Standard. Man sieht ja die Mannschaften, Homburg, wie sie alle heißen, auch die Koblenzer. Alle übernachten hier vor Ort, um einfach den langen Weg, inklusive vielleicht Stau, aus dem Weg zu gehen. Ja, das gehört zum Profifußball mit dazu. Ich glaube, man sollte einfach gar nicht so viel darüber reden, weil es einfach Standard ist. Und wenn es für viele Vereine mal was Besonderes ist, werden wir die Abläufe so machen, wie es einfach professionell ist. Mit Anfahrt, mit Essen, mit Besprechung, mit Video und gut vorbereiten. Aber im Prinzip sehe ich das jetzt nicht so dramatisch, sondern das gehört leider mit dazu. Was kannst du denn schon zum Kader sagen? Wir wissen ja, unser Kapitän Marco Kegomis wird gesperrt sein. Wie sieht es jetzt bei Joel Gerritz-Ger aus? Ja, schade. Ja, wir haben ja das Problem gehabt, vor dem Spiel gegen Offenbach als Reisig und Kegomis vier gelbe Karten hatten. Jetzt hat es beide erwischt, aber Gott sei Dank nicht zusammen. Ja, gut, jeder Ausfall tut weh. Jeder Verletzte, jede Gesperrte tut weh. Unser Kader ist sehr klein. Und dadurch ist es sehr schade, dass KG nicht dabei ist. Aber gut, wir werden ihn gut ersetzen. Und bei Joel ist es so, dass er jetzt zumindest diese Woche trainiert hat. Also wenn jetzt in den nächsten zwei Tagen nichts Negatives passiert, keinen Rückschlag bekommt, dann gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass er im Kader ist. Und das ist ja schon mal schön, dass wieder einer dazukommt. Bei den anderen sieht es auch dann gut aus? Bis auf Zakaria, der ja leider auch letzte Woche nicht dabei war wegen Krankheit, ist es so, dass er definitiv am Samstag nicht dabei sein wird. Okay, also auf jeden Fall an unsere Verletzten oder Kranken gute Besserung und uns viel Erfolg am Samstag. Ja, danke schön. Linus gegen Koblenz war es ein sehr mühsamer Sieg, aber am Ende zählt das Ergebnis. Wir haben 2-0 gewonnen. Wieso haben wir es aber so schwer gehabt, richtig vor das Tor zu kommen, über das ganze Spiel hinweg? Ich denke erstmal, dass sie es auch gut verteidigt haben und uns sehr schwer gemacht haben. Aber ja, ich denke, jedes Spiel ist hier schwierig und wir haben 2-0 gewonnen, also das ist ja eigentlich relativ egal dann für mich. War es ein bisschen kompliziert oder schwierig für euch? Weil kurz vor dem Spiel ist Joel Gerizquia ausgefallen, aufgrund von einer Verletzung. Ihr musstet ein bisschen umstellen. Hat das vielleicht auch was ausgemacht? Kann gut sein, also Joel ist sehr gut. Gibt uns auch sehr viel im Spiel, aber ich denke, als Mannschaft, wenn da jetzt einer ausfällt, ist es nicht ganz so schlimm bei uns. Da ist jeder gut und jeder bringt seine Stärken dann aufs Feld. Also ich denke nicht unbedingt, dass es daran gelegen hat. Am Samstag steht schon die nächste Aufgabe bevor. Da geht es für uns nach Kassel, eine längere Auswärtsfahrt. Im Hinspiel, da warst du noch nicht bei uns, haben wir unentschieden dort gespielt. Auf was macht ihr euch gefasst? Ich denke, es wird ein sehr ekliges Spiel. Wir haben, glaube ich, ein relativ großes Stadion. Auch wie ich gehört habe, ein paar Ex-Profis dabei. Also ich denke, es wird schwierig, aber wenn wir unser Spiel auf den Platz bekommen, denke ich mal, dass wir es gewinnen werden. Eine Besonderheit kommt dazu, denn ihr übernachtet dort von Freitag auf Samstag, weil es eben doch eine lange Distanz ist. Wie ist das für euch Spieler? Macht das schon ein bisschen was aus oder ist das ganz normal? Also für mich, ich mag das eigentlich schon, wenn wir mal auch im Hotel übernachten und ein bisschen längere Fahrt haben. Wir kommen uns als Mannschaft auch ein bisschen näher und ich denke, wir haben eine ziemlich coole Mannschaft und dann wird es bestimmt Spaß machen, aber auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit, dass wir dann das Spiel gewinnen. Du hast gerade schon die Mannschaft angesprochen, dass du sie sehr gut findest. Wie fühlst du dich denn hier beim SGV? Du bist ja einer unserer jüngeren Spieler. Kam es jetzt auch schon öfters zum Einsatz? Wie ist das für dich, wenn du dann das Vertrauen vom Trainer bekommst, so wie jetzt vergangenes Spiel gegen Koblenz? Ja, also wenn ich Vertrauen bekomme, freue ich mich natürlich. Ich will natürlich viel spielen und ja, die Mannschaft, wie gesagt, ich fühle mich sehr wohl. Gute, gut zusammengestellt und es macht sehr viel Spaß. Das hört sich gut an. Dann wünsche ich auf jeden Fall ganz viel Erfolg für Samstag. Dankeschön.